Weil die Rechten, das ist ja was ganz anderes, die haben dann noch zusätzlich ihren Reichsadler oder ihr Hakenkreuz drauf, also das sind ja schon die ganz krassen, aber das ist nur eine Deutschlandfahne. So weit kommt es noch, also wir wollen überhaupt nichts mit Rechtsradikalen zu tun haben, das ist für mich einfach eine kranke Einstellung. Ich habe eine Rechte als Freundin gehabt, ja, und was die wirklich, das geht ja nicht nur gegen Ausländer, was die heute noch erzählen, die leugnen Holocaust und alles, also kann ich nicht verstehen und ich will mit solchen Leuten absolut nichts zu tun haben. Vielen Dank.